Hallo und herzlich willkommen in YouTube zurück bei einer weiteren Video auf meinem Kanal XTEMUSHIP Eine neue Folge von dem lieben Format Minecraft Maps ist am Start mit einer neuen, äh, richtig extrem aussehenden Jump'n'Run Map Weil ich aber keinen Bock habe, euch diese 5-Stunden-Map alleine zu zeigen, habe ich mir einen komplett zugeholt Ach, da war er ja hier, sneakt er sich lang Das, äh, das ist der liebe, äh, Flo, hallo, Flo, na, Flo, hallo, 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 äh, so, äh, du wolltest das heute mit mir spielen, ne? Äh, nee, eigentlich nicht, aber ich werde dafür bezahlt Genau, genau, so sieht's aus, ähm, man muss eigentlich auch dazu sagen, der liebe Florian ist auch schwarz pigmentiert, also Äh, der kostet nicht so viel, ne, Spaß, okay, das war jetzt sehr rassistisch, tut mir sehr leid Ja, das ist, also, scheiße, meine Güte Okay, ähm, you can change, also mal kurz regeln Da hat diese Map als 500 Jumps to Success, 500 Sprünge zum Sieg Da oben ist, glaube ich, denke ich mal, das Ziel Es sind insgesamt 500 Sprünge hier hoch, also erst da lang, dann da lang, dann hier lang Ich zähl, Alter, jeden Einzelnen Ach, du Kacke, ja, dann mal viel Spaß So, und, wir, wir dürfen die, die Zeit, die, die Tageszeit ändern, äh, Betten zerstören und mitnehmen Äh, und so ziemlich Sind hier nicht einfach für jeden Level? Doch, sind auch eigentlich, aber wenn man mal eins braucht, dann kann man sich das einfach mitnehmen, keine Ahnung Okay So, und, äh, so ziemlich jede Methode verwenden, um irgendwie durchs Level zu kommen So, wir dürfen nicht Also, eigentlich steht hier, wir können nicht, aber wir dürfen nicht Ach, wir können Wow, ähm, Blöcke zerstören Mod oder Hex benutzen Ich habe jetzt Optifine drauf, ich hoffe, es ist erlaubt Und wir müssen auf Peaceful spielen Peaceful habe ich eingestellt Hier ist eine Melone Die mache ich aber nicht kaputt Die Melone des, äh, des, des Verzweifelns, keine Ahnung Des Todes, so Wollen wir anfangen? Oh, der Cosmos hat gerade So, Stage 1, Dirt Jump Counter Zero Ich jump da jetzt in eine durch Äh, man muss vielleicht kurz dazu sagen Ich habe diese Dirt-Passage schon einmal gespielt Nur um einmal kurz die Map zu testen Um zu gucken, ob das natürlich auch für Flo's Skill angemessen ist Mhm, genau Aber das ist, bevor wir hier da schlafen gehen Oder das einfach überspringen Das ist ja nicht so schwer hier Ich glaube, das ist easy Easy peasy Ja, das geht gleich super los Also, das, oh mein Gott Ja, du lachst dir wieder einen ab Das war, boah, das war gerade eben was Das habt ihr mir nicht mitgekriegt Weil das außerhalb der Aufnahme war, ne? Oh, nee Was, was mache ich denn hier, Alter? Ja, läuft mal mit dir, ne? Ich bin gerade eben, wenn ich diese, diese Erd-Passage in meinem Testrun in einem durchgerannt Also durchgerannt, nicht irgendwie so wie ich das jetzt gerade mache ich jedes Mal stoppen Sondern in einem durchge- durchgehübt Und jetzt Alter Alter Dein Scheiß Ernst? Nein Tschüss Also es hieß, man darf die ja abbauen So Dann mach einen da Im Schlaf, nee, nur mein Puff Guck mal, ich bin schon zweimal gestorben Das ist so peinlich Zack Nein Dieses Doppel-W ist so ne Scheiße Das ist easy Ich weiß nicht, ob der liebe Oh, geschafft Oh, yeah Jetzt bin ich mal gespannt, ob der liebe Kosmos das schafft Jetzt bin ich ja mal Oh, sehr gut, sehr gut Reicht das eigentlich auch, wenn man sich einfach kurz ins Bett legt? Ich glaube, ja Ich weiß nicht Ich schlau- Ja, doch, ich glaube schon, ne? Ja, reicht Okay Dann können wir ja immer Nacht lassen, weißt du? Dann können wir immer schlafen, wenn wir wollen Das ist eine sehr, sehr gute Idee Zack Hier ist noch ne Melone Oh, yeah Tasty Melone Oh, ich bin rübergereiht Good job Nice So Ab hier ist quasi blind Aber wie man sieht, hier Kein Ding für den King Also, das ist ja richtig easy Also, das ist ja Oh, das war knapp Jawoll Ein bisschen warten Zwei, drei Sekunden So, weiter geht's Du bist ja richtig fast Ich weiß nicht was Und ich will es auch nicht wissen Wie wär's mit Na, Maus? Hahaha Ja, der war so Also, der war ja Oh, die arme Maus Boah, ich wasch hier in einem durch, ne? Das ist ja so krass Wie oft bist denn du schon gestorben? Was veranstaltest du denn da? Ja, ja, das geht's ja nicht Dann müssen wir nochmal den Skill ein bisschen erhöhen, ne? Ja, deswegen zocken wir das hier Mann Ich krieg es mal Fuck Ich krieg es mal Ich muss unbedingt irgendwie wieder Weil ich bin nicht gestorben Und doch jetzt Da fuck Was war das denn? Ja, ich konnte gerade auch nicht auf Rückspung klicken Ja, ich glaube, das war ein kleiner Lack Vom Server Meinst du? Es lag gerade ein bisschen auf dem Server, ja Dann müssten wir ganz, ganz viel Glück haben Oh Hahaha Was? Oh Mann, das Niveau wird nicht besser Nee, das ist eigentlich schon im Keller Also Das ist tiefer Oh Oh, jetzt, jetzt aber Jetzt, das lass ich drin Jawohl Sag Du sag mal Nein, Junge Dieses Doppel-W Ja, es regt einen auf Ich muss unbedingt wieder die Speed-Tast Weißt du, ich bin gewohnt, dass Von Survival-Games und so Habe ich mir die mittlerweile auf die Maus gelegt, ne? Mhm So Nein Ich habe meinen PC schon fertig angeschlossen Den ich ja gerade nicht verwende Ja Das heißt, die Maus ist auch nicht am Laptop Mhm Und die Taste auch nicht damit Das ist scheiße Und jetzt muss ich die ganze Zeit Doppel-W drücken Und das mag ich nicht Warum bin ich gesprungen? Oh mein Gott, bin ich behert Ja, wo geht's hier weiter? Bin ich dämlich? Ja, ich bin dämlich Wo geht's hier weiter? Nee, ernsthaft, jetzt mal Muss ich da rüber? Ja Ich glaube, da muss ich rüber Ja, so nicht Da musst du rüber Ich hätte gedacht, dass ich genauso rüber muss, wie ich es gerade gemacht habe Ja, das Ding Hätte, hätte Du, wahr Das ist also mit Denken Das ist nicht so viel Ja, hätte, hätte Liegt im Bett Derbe, derbe, du Satan Oh Jawohl, ich kann's ausklappen Oh Ja Oh, bin ich gut, ne? Wo bist denn du? Wo blechst denn du ganz? Genau, Magast hier Ja, ja, mein Tschö Ah, das ist easy Nein, nein, nein Dann kann ich hier so Jawohl Und Achso, ja, hast du Ja, dreimal weniger So Jetzt kleinkt Oh, ich bin schon bei Ich bin schon bei Stage 3 Sand Jetzt kommt Sand Oha Hä, wie geht das denn? Ach, nö, ne? Doch Echt jetzt Oh, das war easy So Welcome to the sandy temple Willkommen im sandigen Tempel Zack, zack Nein Oh mein Gott, war das schlecht Ähm Äh, vielleicht sollten wir dir noch kurz sagen Der liebe Flo hat auch einen Kanal Achso, ja stimmt Ein Das stimmt Ein Ein YouTube-Kanal Ja Scheiße, ich hab die ganze Welt weggesprengt Scheiße, du bist jetzt ein Alter Du, oh, nee, oder? Du bist jetzt bei Eisen Ich weiß es nicht Hihihi Kannst du mich mal irgendwie zu dir tippen oder so? Warte, du, ja, 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 hier, du, das Warte, warte mal kurz Das geht da so nicht Das muss ja auch alles an der Reihe Rechtmäßigkeit haben Wo warst denn du, ne? Du warst hier bei dem Äh, bei dem TNT-Ding Wo man, glaub ich, nicht mehr rüberkommt Hihihi Nee, da kommt man echt nicht mehr rüber Warte, dann setz ich dich mal eben hier ab Alles klar Ist nicht so toll gelaufen Nee, ich merk das schon Weißt du, ich mach das hier eben easy Und du Ja, ich dachte, das geht so eben mal so Easy drüberlaufen Aber irgendwie hat es dann auf einmal alle Binnen und alles mit weggesprengt Ja, ich merk das schon, du War eben so voll komisch Also das war Alter Aber immerhin war dieser Sandy-Tempel einfach Also mit dem Lavabecken Ach, grüß dich Hallo Ja, ich gritte Sprich mal um, wenn ich den Jump versuche Wie schafft man den denn? Spring Echt? Ja, ernsthaft Hast du gut vorgemacht? Oh, Nicke, komm schon Ich hab da so eine Idee Hey, und ich bin drauf und springe Rückspringen Was war das denn? Das war ein Ich sneak und dann jump ich Ich bin schon wieder drauf und bin wieder rüber gesprungen Was machst du da? Hat nicht funktioniert Boah, das ist mein Cheater Ja, das darf man glaube ich sogar so verwenden Oh mein Gott Ich hab jetzt genau das getan, was du vorher die ganze Zeit gemacht hast Ja, das hab ich das erste Oh 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 Oh, nächste Speicherstation Und Nee, irgendwie ist das nicht mein Jump Jawohl Ach du Kacke Dass man eigentlich Betten abbauen darf und sowas Ja, darf man auch und mitnehmen so Na, also müsste das ja rein theoretisch erlaubt sein, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt Also Aber auch nur rein in der Theorie Nein, nicht nur rein in der Theorie Also ich möchte nur natürlich nur klarstellen Ich hätte das natürlich ohne diesen komischen Bett-Trick auch natürlich geschafft, also Ich auch Nee, du nicht Na, Spaß Also Eduard nicht Ja, gut, aber das ist auch Eduard Ja Oh, ich hoffe, der guckt das Video nicht, du Da sollte er sich als ein Pümmel in den Ausstecken Uiuiui Du gehst aber ganz schön offensiv hier ran, du Nein, okay Keine Ahnung, das war so das erste, was mir einfiel Leil Woran du denkst, ne? Um ehrlich zu sein, gerade an eine Orange Ah Und ich denke ja daran, dieses Stunt and Run erfolgreich abzuschließen Nee, daran habe ich schon lange aufgehört zu denken Komm Oh mein Gott Zack, zack Das ist ja easy Und hier Jawohl Und jetzt Hier Nee, oder? Nein Oh mein Gott Das ist Das ist halt Ah, oh mein Gott Wie fucking bad war das denn? Ich mach meinen Laptop, der ist spaßig Oh, ich bin fast rüber gerannt, ne? Ich merke das schon Dein Laptop ist schon der Knüller, also Ja, mit einer GT 240 M, hallo? Hm, hm, hm Wer will jetzt noch was sagen, ey? Niemand, also das ist einfach Da muss man schon Hut ab Da kann keiner mithalten Nee Da kann ich mit meiner GT 79er lange nicht mithalten Nee, niemals Das ist wirklich krass, also Kannst du knicken Naja, kann So wie das iPhone 6 Ach, wie schafft man diesen Jumpdown Ah, war der funny So, jetzt aber Zack Jetzt, wie komm man denn da rum? So Nur ein bisschen höher am besten Es geht Okay Das ist auf jeden Fall zu schaffen Möchte ich mal sagen Den Räsen, alle Sprünge zu schaffen Wurde auf dem Leben Ey, jo, nee Wie hieß du? So, die schwersten Sprünge schaffe ich nicht Aber die leichtsten auch nicht Lol What the fuck? Komm, gib mal Gas jetzt hier Lol Das war jetzt bitter Das war so Boah, das war Den Sprung hätte ich echt nicht verkacken dürfen Nee Und ich habe auch noch genau dann meine Kamera drauf gehalten Also das war ja Ah, nee Ah, nee Jetzt kriege ich mich vergraben Ja Oder du stürzt dich einfach in den Tod Haha Mein Gott Hat nicht funktioniert mit dem Vergraben Ich habe keine Schaufel gefunden Oh, dein Ernst Lol Ach, komm schon Ich will das hier Nee Nur diese eine Jump Nur diese eine Jump Ich nehm jetzt ein Bett mit Oh, du Cheater, Alter Hast du Keep Inventory zu? Nein Oh, schade Oh, dann sollte ich auch wenn hier Betten mitzunehmen Ja Ich glaube, ich habe mein Homebett abgebaut Nee, habe ich zum Glück nicht Oh ja, ich habe es geschafft Oh mein Gott Oh nee, nee Nein, bin ich Behindert Oh, schon wieder geschafft Oh mein Gott Sag mal, wie geht das eigentlich? Weißt du, ich renne hier so an die Leiter ran Nee Und den irgendwie gehe ich immer zu weh zurück Nee Und den falle ich runter und sterbe Nein Oh, du hast 19 Tode mehr als ich Das ist doch mal so Oh mein Gott Würde ich diesen einen Jump hier nicht haben? Dann nicht Ja Ich bin auch gerade am Den Jump häng ich einfach Das ist so ein Einer der Jumps Die schaffe ich einfach nicht Ja, dann solltest du mal aufpassen Dann musst du mal gucken, dass du Den Jump mal ein bisschen stylst Ha Verstehst du? Hallo? Ha Da, fuck Ich fand den, also ich fand den voll lustig Oh ja Der war so lustig Mhm Du musst wissen, der Flo, der tanzt nämlich ein bisschen Sonst tanzt er Ballett Nein Genau, Ballett Genau Und der Eduard Der ist ein lieber Freund von uns Der ist, ähm Sehr Er tanzt Walzer Genau, sehr gekonnter Walzer-Tänzer Und auch Duett Mit einem anderen männlichen Exemplar Genau Der Eduard ja so tolle Man-Boobs hat Muss man einfach mal so sagen Ne, ne, warum Oh, scheiße Oh mein gut Ja, warte Kein Ding für den King Good Job Nice Mein Gott, bin ich behindert Nee, gerade eben Aber schaffst du das noch? Schaffst du das noch? Aber bei welchem Sprung verkackst du immer? Bei dem vom Bett hier aus zur Leiter Der erste Leitern-Jump Was? Hier, von diesem Betten hier aus, ne? Ja So alles ab hier hinter geht Aber hier um die Ecke komme ich nie Vielleicht sollte ich immer hier stehen Ja, bleib da stehen Okay Kommen wir jetzt hier mit ein bisschen Anlauf von hinten Anlauf Ja genau, den habe ich danach nochmal verkackt Nice Ich spawn aber eh hier Ja Jawohl Bis zum nächsten Mal.